Hallo und willkommen zurück zu The Forgotten City. Eine ganze Weile her, dass ich jetzt aufgenommen habe. Tatsächlich, wie erwartet, ein bisschen gereicht von der Vorproduktion her. Und ja, wir gucken mal, was wir heute so anstellen. Wir haben immer noch eins von vier Enden. Ich möchte gerne alle vier erleben, wenn das geht. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ein weiteres auf jeden Fall. Wir müssen uns jetzt mal darum schauen, dass wir Dullius finden. Und warum ruckelt das schon wieder? Alter, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, das Spiel scheint hier zwischendurch mal Probleme zu haben. Wir brauchen, soweit ich weiß, für den Schrein oben am Tempel vier Tafeln. Ich weiß gar nicht, welche hatten wir denn jetzt? Zwei Stück oder drei Stück schon? Welche Taste waren das jetzt? Ähm, die Taste war das. Inventor. Die Nahtaschenlampe. Nee, 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 nee. Wir haben schon einiges an Zeug eingesammelt. Antike Tafel. Sumeratafel. Genau, wir haben diese mehrere ägyptische Tafel. Und die römische Tafel haben wir sogar zweimal. Uns fehlt nur noch die eine. Das ist der Schatz von Dullius gewesen. Hm. Ist bloß die große, große Preisfrage. Wo war er denn jetzt? Ich überlege gerade. Der war irgendwo im Gefängnis, ne? Wo war denn das? Es ist ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Äh, äh. Virgils Problem müssen wir auch nochmal irgendwie lösen. Georgius. Ähm, Dullius war hier, ne? Hier ist Virgil. Salve. Hallo. Er hat ja, genau, Sünder mit ihm vorgeworfen. Einer der Wachen ist, äh, wir haben bloß keinen Beweis dafür. Das ist das Problem. Ich kann mir vorstellen, das ist der Typ, der hier immer, äh, pumpen geht. Guck mal, ja, schau. Ähm. Warum auch nicht? Ähm. Das hatten wir, das hatten wir. Hier war Dulli, oder? Genau. Hier war er. Ähm. Hallo. Haben wir... ...meten wir? Ähm, theoretisch. Du möchtest es? Es ist schweizig, oder? Es macht mich glücklich, nur zu sehen. Aber... ...wenn ich es dir gegeben habe, ...dann würde ich es nicht mehr mehr haben. Und ich würde es schuldig sein. Ähm. Brauchst du etwas Wichtiges? Was muss passieren, damit du sie mir gibst? Wir versuchen es erst mal so mit... ...ist es wichtig? Aber... ...es ist mir. Und ich... ...und ich mag es wirklich. Ich will es halten. Können wir nicht tauschen? Ähm... ...wenn wir einen neuen Magistrat hätten. Das ist ja wieder bis jetzt sie geplant. Galerius, genau. Er ist nett. Ich mag Galerius. Er hat mich eine Daule und alles gemacht. Maleolius... Äh, nee. Ja. Galerius wird mich rauslassen. Dann kannst du meine Plage haben... ...und alle werden glücklich. Was hältst du von der Goldenen Regel? Äh, beziehungsweise... ...genau. Really? Das habe ich nicht gesagt. Äh, genau. Please. Ich hasse es hier. Es macht mich sehr schade. Ja, das stimmt. Ähm. Ich will das ungern... ...naja, probieren wir es mal. You're mean. I don't like you. Oh, sorry. Da ist die Tafel, ne? Die wir nicht rankommen. Ich war es nicht. Naja, wahrscheinlich war es wirklich nicht so. Galerius... Bin ich den jetzt am schlauesten. Hm. Kann ja auch mal mit den Leuten quatschen. Komm. Färbemittelsammlung. Für Kleidung. Nee. Nee, nee, nee. Wir wollen nichts klauen, weil wir wollen kein Do-Over aktuell. Ähm. Ähm. Ja, die hilft gerade nicht weiter. Ich fühle mich, dass ich überall gesehen habe. Zumindest überall, wo ich zu kommen konnte. Es gibt noch zwei Pläne, die ich nie konnte. Erstens das Palais. Ja, erzähl mal ein bisschen was über dich. Du meinst, wo ich von und all das? Judea. Originally. Aber wenn ich ein Kind war, ich kam zu Rome mit meinem Familie. Romanized mein Name und habe ich die ganze Zeit in der Jewish-District von Trans-Tiberien. Across die Tiber von der Main-City. Das war ich war, wenn die Fires broke out. Everyone war es um die Römer. Und ich, listening zu meinem inner-Contrarian, ran die andere. Er war es um die Römer. All die Römer war in Chaos. Full von Menschen mit all ihren Belohnungen in carts und brigands preying on sie. You look well, my Satorian. But not take my coins. Ja, gut. A lot of good it did me. And that family. I wonder what happened to them. I don't. But even if I did, I'm not going anywhere. I have unfinished business. Okay, can I help? Well, neither of us have a couple of hours to stand around talking about theology, law, and collective punishment. So, I guess you're looking for a pithy summary? You remind me of an old story from my people about Hillel the Elder. He was approached by a Gentile and asked to explain the entire Torah while he stood on one foot. Obliging, he replied, What is hateful to you, do not do to another. That is the whole Torah. The rest is commentary. Go and learn. Of course. What I want to know is, What kind of a God sees a young woman abducted and does nothing about it? Not my God. That's for sure. Ja, da ist was dran. Thanks. I just wish there was a way to find out. Ich werde niequinden. Äh, wen willst denn du? Galerius. He saved my life. I have a feeling he can do a lot more if given the chance. Alright friend. Thanks for the chat. Klingt gut. So. Galerius. Äh, genau, der Heinz hier. Whatever. Just remember. Hier, er ist nämlich verletzt. Das hatten wir ja schon rausgekriegt, dass er vermutlich derjenige, welches waren wir. Genau, wir waren hier in dem Haus schon drin, ne? Ist das alles eins? Ähm. Ich glaube, ja. Ich hätte gerne noch so Beweise, dass er jetzt wirklich der, der Horst Walter vom Dienst ist, sag ich mal. Hat er nicht irgendwo ein Tagebuch, wo er so sagt, so ja, nun. Die Nachricht an Octavia, die hatten wir schon gelesen, ne? Genau, die hatten wir schon. Ich glaube, wir hatten uns hier auch schon gründlich umgeguckt. Haben leider nichts gefunden. Da komme ich nicht durch. Das ist ja unfair. Hm. Frage ich mich gerade, ob ich da irgendwie raufkomme, wenn ich da das Rutschseil sehe. Ach nee, das führt uns von da oben nur hier runter. Ich speichere mal. Gucken, wie weit wir hier. Ist das eine Alpha Wand oder sowas? Ja, hier ist eine Alpha Wand. Bäh? Ja. Au. Übelst lauter Frosch. Wo ist das Tier? Ja. Mal gucken. Ach so. Hm. 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 ähm hier ist ein loch im boden hier ist eine alberwand das bringt uns nicht wirklich viel erst nach der nacht hier nur am rumpumpen wo wohnt denn galerios zu den ein oder anderen ort den ich mir angucken würde wollen aber da kommt man einfach nicht hin jetzt haben wir uns zur wahl unseres magistraten und 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 die wahl beginnt und 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 So, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut.